Wir schützen sie unsere Gesellschaft! Wir schützen sie, wir schützen sie! Da hinten gehts noch weiter, ok. Da oben noch ziemlich weit laufen sogar. So, was ist hier? Ah, ok. Ah sorry, voll gegen Ranschen. Ach komm, da brauchen wir nicht abrollen. So, da wollen wir rüber, na gut. Ok. Okay. Okay. Oops. Wusstest du, dass Reflection eine Flüssigkeit ist, die injiziert wird? Sie ist voller Naniten, die mit dem Wirtskörper verschmelzen. Reflection stellt eine permanente Verbindung mit dem Grid her. Ich schätze genau das meinen Sie wohl mit. Lernen Sie eins mit dem Grid. Sobald es kalibriert ist, kann es außerdem den Gesundheitszustand und das Stressniveau regulieren. Können die Leute das denn nicht von sich aus? Tja, Stressniveau regulieren nicht was. Wollen wir uns irgendwas über das limbische System, das ich nicht ganz kapiere? Noch nicht. Wahrscheinlich eh komplett in die Matrix geschossen. Ups, was war das? Uhhh... Sicherheitsvorkehrungen in den Docks sind schärfer als bei WFYO. Multispektralsensoren, halbautonome Verteidigungssysteme und alles mögliche andere. Okay, das wird nicht einfach. Wir haben da sogar Flugabwehrsysteme. Mal ehrlich, wer würde denn einen Luftangriff auf Kruger-Sec ausführen? Schauen wir mal. So, jetzt wollen wir mal gucken, als müssen wir wieder rauf, ne? Okay. Okay, da rauf, komm! So. So nett, dass ich da jetzt oben bin, nur wo wollen wir eigentlich hin? Ist echt ein tierisch langer Weg, ne? Ups. Uah. Ah, und abrollen wieder. Man, man, man. Na ja. So, hier wird tausendmal schon lang gelaufen. Okay. Ah, no, ey! So ein Shit! Ah, okay. Zum Glück muss ich nicht wieder ganz zurück. Ist ja schon mal nicht so schlecht. So, aber wo wollen wir denn geradeaus weiter? Okay. Ach, da sind denn unsere Freunde? Ja, hi! Ja, ich weiß. Keine Zeit für euch, Mädels. Wie komm ich hier rüber, da lang? Okay. Du hast hier nichts gesuchen, du! Eindringling! Okay. Okay. So, jetzt müssen wir aber bald mal da sein, oder? Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Sehr schön, 14 Mal draufgegangen in Wirklichkeit. Dann muss ich da oben rauf. Ja, ich muss aber hier jetzt erstmal mein Auftrag fertig machen. Dann können wir mal über ein Ablenkungsmanöver sprechen. Okay, wo wollen wir lang? Darüber? Hm, okay. Ja, auch keine Zeit. Ich muss hier weitermachen. Gut, gut. Dann können wir etwas besser ab, dann können wir die Ablenkungsfläche. Dann können wir tatsächlich den Ablenkungsfläche herstellen. Ein Ablenkungsfläche. Dann können wir das Ablenkungsfläche der Ablenkungsfläche aussehen. Jetzt kann ich das Ablenkungsfläche. ... ... ... ... ... ... ... ... Ach, Porn! So, 13 Stunden dahin gelaufen. Jetzt haben wir es aber bald, oder? ... ... ... ... ... ... ... ... So, das heißt, ich hoffe, wir sind bald da, weil Lüftungsschacht ist ja meistens immer ... 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 Na gut. Hier wohl auch, oder was? Nö. Interessant. Aber hier durch. Okay. Schling! Okay. Was ist denn Fahrstuhlschacht, oder was? Puh. Okay. So, lass mal gucken. Wir wollen da ran springen. Okay. Probieren wir es mal. Okay. Slug hier. Nichts spannendes. Und da kann ich auch nicht rein. Okay. Okay, wir sind da. Okay. 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 Ok, es ist ziemlich weit. Soll ich jetzt wieder zurück, oder was? Nein. Ich kann ja schon jetzt da langlaufen. Mal ein bisschen gucken. Hallo? Ich kann schon da hinten irgendwie runter, so was zumindest angezeigt. Mal gucken, wahrscheinlich über die Dächer, ne? Ne, unten durch. Ok, ja, aber das waren ja so Treppen, ne? Irgendwie hier runterlaufen oder so was, aber wo auch immer. Ich glaube, ich sollte doch ein bisschen auf die Runner-View achten. Jetzt hier irgendwie runter, dachte ich, ja genau, ok, es geht auch. Will ich da eben rüber? Will ich, ne? Geht aber nicht auch, geht auch. Ok. Aua, aua. Ok, so. Oh, nicht gekriegt, ihr Schweine. Ok. Ok. Oh. Oh, Gott sei Dank, ich fiel wahrscheinlich ganz woanders lang. Hm. Da durch. Seth, du kannst mit einem VTOL rüberfliegen. Sag Bescheid, wenn du den Wegpunkt erreicht hast, dann schicke ich einen zu dir. Ok. Mit einem VTOL? Ok. Lass mal schnell hinlaufen, dass wir mal wissen, was das ist. Oder wie ist es? Oh, 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 oh. Na komm. Nicht drüber, sondern durch die Tür, ey. Einfach mal durch die Tür rennen. So, der Wegpunkt ist da hinten. Ach, Mensch. Ah, einfach ganz normal rüberlaufen, ok? Alles klar. Oh, 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 oh. Ok. Okay Okay Schling So okay Und here we go Dachte ich zumindest mal Hier Gefangener X Na gut Ich hab den Wegpunkt erreicht Gut Gib mir eine Sekunde So Das war's In deiner Nähe war bereits ein VTOL auf Patrouille Ich hab ihn zur Untersuchung eine Strafkarte umgeleitet Du musst ihn unbedingt erwischen Wie auch immer du das anstellst Okay Aber ich will erstmal Den Punkt hier nochmal ausnutzen Was ist mit Kampf? Kampf, Kampf Was ist denn hier unten? Das ist vielleicht erstmal am wichtigsten Dass wir nicht drauf gehen So Wo ist er? Welche Richtung muss ich? Ich weiß es nicht Da drüben Oh shit Vielleicht kriegst du auch heute noch hin So hier rüber einfach Wo soll er sein? Hier Wo soll er sein? Hier Du musst ihn erreichen Bevor er wieder abhaut Fass folge ihn und nutze dann das Mag Sobald er in den Schwebeflug geht Um dich dran zu hängen Ja erstmal muss ich gucken dass ich hier nicht im Schwebe-Modus bin Shit Kann ich einfach rüber springen? Naja je nachdem So Wenn er im Schwebe-Modus ist Mit dem Haken dran Mal gucken Voll Flatschi Flatschi Oha Ah Ne So richtig clever bin ich jetzt nicht Mal gucken Dahin muss sein So Schwebe-Modus Bleib an dem VTOL dran Er müsste irgendwo weiter vorne Halt machen um ein Gebäude zu überprüfen Ups Wollte eigentlich da mal kurz noch klauen Wahrscheinlich fliegt er jetzt weg Na gut Und das war alles Und was sagt Henry zu der ganzen Sache? Ich kann dir schon seit zwei Tagen nicht mehr erreichen Wenn Dogen beteiligt ist Wirst du vermutlich nie mit ihm sprechen Was soll ich denn jetzt machen? Ich hab Angst Ja zurecht Äh wo muss er denn jetzt dahin geht die Tür Ich rede mit einem Erleutnant auf dem Vorstand Aber ich kann nichts versprechen Mein Hinz ist jetzt nicht mehr so groß Und deine gängste Eskapaden waren auch nicht dran Es reicht Na endlich Dieser dämliche Pilot kann also doch Navigationsdaten lesen Ich hab ihn dazu gebracht anzuhalten Setz jetzt das Meg ein bevor er weiter fliegt Okay Plastik ich fühl mich ein bisschen wie auf dem Präsentierteller Keine Sorge Ihr Stör fällt schirmlich ab Aber was wenn mich jemand sieht? Du weißt schon mit seinen Augen Oh naja das passiert schon nicht Aber gut dass ich keine Höhenangst hab Alles easy Am Landeplatz natürlich Anschließend folgst du den Wartungstunneln bis zum Big Dog Da findest du dann ihre Server Stacks Uhhh Wow geil Wo fliegen wir zu diesem Tower oder was? Du musst absteigen Äh Ich kann doch hier nicht einfach loslassen Natürlich nicht Dadurch würdest du dich umbringen und das wäre ziemlich bescheuert Ich meinte du solltest absteigen sobald dir das Gebäude überfliegt Hey Lass uns los Okay Okay Ich bin jetzt auf dem Pub Und ich hab mir nicht mal was gebrochen Glaube ich Die Sache tut mir leid Meine Überbrückung hat nicht funktioniert Du musst jetzt rüber zum Backdoor Wo ist denn das? Es ist echt ich will eigentlich mal da drüben Achso das ist er wahrscheinlich ja Schling Okay Hätte man natürlich wieder mal ein bisschen abfedern können Ups Du kannst die Aufzugsschächte nutzen um nach unten zu kommen Ah komm Hm wieder so eine Ruhrnummer Ups Okay So die Tür bringt wahrscheinlich nichts oder? Nee So die wollen natürlich wieder sie hier runter springen Nein Nein Okay So What now Darüber Darauf Darauf Darunter Okay Okay Wir haben ein Roar Aber Ist das der einzige Weg? Ja Scheinbar Na gut Okay Darüber Ja Ja natürlich Und wohin Äh 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 Achso es fährt runter Okay Darüber Komm Äh So Und darüber Daran springen Sounds gut ne Okay Okay runter Oh da hätte ich aber auch ein bisschen höher bleiben können oder? Ich weiß nicht Probier ich mal einfach Oh Oh das war schnell Ich glaube ich musste sogar da ran ne oder? Ich glaube ich muss hier wirklich ran. Okay. Und hier rüber. Oho. Oho. Ich bin jetzt auch noch stark genug um weitere Forschungen zu rechtfertigen. Meinen Sie nicht auch? Auf jeden Fall. Es wäre ausgesprochen hilfreich wenn wir uns nicht ausschließlich auf visuelle Reise verlassen müssten. Okay. Wow. Kann ich da nicht einfach so rüber springen? Nein das geht natürlich nicht. Aber ich hoffe es nicht wie es geht. Was machen wir heute Abend? Oh da ran und dann weg springen oder was? Also ich probier es mal. Okay. Ich bin jetzt auf nem Aufzug Schacht. Was kommt als nächstes? Lass mich kurz nachsehen. Okay du bist ganz in der Nähe des Verbindungsgangs. Du musst jetzt durch den Wartungsbereich nach draußen. Da kommst du dann rüber. Jaaa. Okay. Der Wartungsbereich wo immer der ist. Und wie immer ich auch da hinkommen mag. Da muss ich nicht durch. Ich hab da oben rum. Okay. So ist es gehen? So schonmal nicht. Ich hab da oben rum. Okay. Soll ich was machen? Ching chung ching oder was? Moment mal. Ich kann natürlich was? Ja okay. Was? Hier gegen, da gegen, da gegen, da gegen, da gegen oder was? Okay. Und dann rüber. So, wie soll das gehen? Ich muss da runter irgendwo. Nein, wir wollen doch jetzt nicht einfach runter rennen und rüberspringen. Okay, ich mach das, aber das wird doch nicht gehen. Oh, okay, die Stange habe ich vorher nicht gesehen. Boah, voll Adrenalin, Mann. Das ist schon recht hoch hier. Ich muss, ich gucke mir das gar nicht an. Okay, here we go. Ohne abräumen, natürlich. Auf, hast du, das ist schon mal gut. Ich bin nicht mit deiner Familie. Sie ist in den Greylands. Warum? Wie kommt es, dass du nicht bei ihr bist? Ich ertrage meine Schwester nicht. Sie ist eine Idiotin. Hast du eine Schwester? Nein. Nichts mehr. Sobald du an den Lüftern vorbei bist, hast du den Hauptserver-Stack erreicht. Hier ist das Herzstück von Kruger Second Glass. Ich wünschte, ich könnte ihn mit eigenen Augen sehen. Alter, das sind Lüfter. Nichts erhexeln lassen. Okay, wo wollen wir lang? Ups. Ah. Darf ich da rein? Darf ich da rein? Darf ich da rein springen? Oder wie geht das? Tja, ich muss da einfach so drauf springen. Ist halt, nee, ich muss jetzt mal gucken, wie das geht. Kann man die vielleicht irgendwie wegreißen? Er ist das Herzstück von Kruger Second Glass. Ich wünschte, ich könnte ihn mit eigenen Augen sehen. Der hakt irgendwie, ne? Oder haken die alle irgendwann mal? So, in der hakt, kann ich doch da rein. Du solltest eine Verbindung zu einem der Prioritäts-Switches herstellen. Den Rest kann er nicht übernehmen. Okay, wo sind die? Da oben drauf. Ach, du Schande, ey. Schön gekühlt. Ist das hier Rechenzentrumsbetrieb? Oder was? Hier runter? Alter, das geht doch gar nicht. Water? Kann man da runtergehen? In so einem kleinen Kabelchen kann ich langen, oder was? Da kratzen die jetzt einfach mal runter. Äh. Nein, oder? Doch. Dieser Server-Stick ist das reinste Labyrinth. Ach, naja, er wurde ja auch nicht für Menschen konzipiert, sondern für Maschinen. Es geht um reine Funktionalität. Ich wette, er ist wunderschön. Äh, kommt drauf an, ne? Wie man das hier sieht. So, jetzt gucken wir mal, ups. Ist bestimmt jemand schon kalt hier. Also, dass man uns bemerken wird, sobald du mich anklickst. Ich kann die Sicherheitssysteme zwar ein bisschen verlangsamen, aber es ist leider unmöglich, vollkommen unterdeckt zu bleiben. Ich würde dich ja bitten, mir den Raum zu beschreiben, aber ich schätze, du bist zu beschäftigt. Bist du beschäftigt? Nein, tut mir leid. Vergiss, dass ich gefragt habe. So still wie du bist, bist du offenbar sehr beschäftigt. Kuma lässt dich übrigens grüßen. Und ich halte dich zu mögen. Und das, obwohl ich... Alter. Ich würde dich ja bitten, mir den Raum zu beschreiben, aber ich schätze, du bist zu beschäftigt. Bist du beschäftigt? Nein, tut mir leid. Alter, Plastik, du laberst einfach so viel. Ich bin auch schon abgestürzt, weil du mir eine Ruhe nicht vorgelegt hast. Ach so, shit, hier ruhe muss ich. Ach so, shit, hier ruhe muss ich. Ach so, obwohl eigentlich jemand mag, irgendwas stimmt nicht mit seinem Emotionsalgorithmus, aber ich kann den Fehler einfach nicht finden. Die süßt echt. So, ich denke mal, hier einfach so rüberspringen, oder? Äh, nö. Kann man da rauf springen, ja. Okay, ich bin da wieder nicht abgerollt, so. Okay, ich bin da. Ich stelle jetzt eine Verbindung zu einem der Prioritätswitches her. Und? Die Verbindung steht. Ich stürze mich rein. Es kann übrigens sein, dass du gleich ziemlich schnell abhauen musst, also sei bereit. Bin ich immer. Okay, ich habe jetzt Zugang. Wow. Ahnung, mal sehen. Gefangenen Daten. Da sind sie ja. Ich hab sie. Und wir wurden bemerkt. Verschwinde von da. Moment, eine Sache noch. Schnapp dir alles, was du über Isabel Kruger findest. Ich finde nach. Da ist sie. Erledigt. Und jetzt hau ab. Ich beginne mit der Entschlüsselung. Okay. Ich konnte den Alarm verzögern, aber er wird in ein paar Minuten losgehen. Der schnellste Weg nach draußen ist das Mitarbeiter-Shuttle. Er zährt von der Lobby aus ab. Gucken wir doch mal, dass wir das richtig kommen. Ja, okay. Also hier runter. Worüber? Da langt oder was? Ach, scheiße. Was war das? Haben wir es jetzt zugemacht? Ach. Oh, da rauf. Warte mal. Wie? Ah ja, okay. Na, komm. Okay, hier durch komme ich nicht. Tja. Was könnte ich jetzt hier machen? Du kannst die Lüftungsschächte nehmen, um zum Lobby zu kommen. Ah, okay. Ich bin in der Lobby. Nein. Der Zug fährt gerade ab. Thomas Roder, der will auf den nächsten warten. Erwarten wir mal. Aber er ist in der nächsten Session, okay? Ja, ja. Es ist so weit. Sie sind in höchster Alarmbereitschaft. Okay, die Action machen wir in der nächsten. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis dann. Gurren. Wir sind nicht. Hier erle �ut.